So, hab ne neue Aufnahme angemacht, die erste ging jetzt schon 25 Minuten, das reicht für ein Video. Ich schluck. Ich steck mir gern Bratwürste ins Nasenloch. Sehr gut, ähm, so. Jan, du bist als erster. Ganz genau. Ein bisher unbekanntes Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger heißt Schrödingers... Oh Gott. Schrödingers Catgirl lass ich nicht gelten. Na, fick dich. Okay. Schrödingers. Suizidale Germannwings-Piloten. Germanwings, du Affe. Germannwings. Also, Schrödingers. Germannwings. Germannwings schmeckt viel besser als Chickenwings. True. Schrödingers? Aha, Schrödinger. Nein. Wow. Oh, du hast Pabst auch noch selber geschrieben. Dein Erfolg ist... Cat ist irgendwie scheiße. Ja, ich skipp die. Okay. Das ist besser. Haben sie 20 Portionen bestellt? Das ist besser. Ja. Und wann ich hätte da die perfekte Karte dafür? Ich hab da auch ne schöne. Was ist das? Ich hab zwei Karten, die verstören mich. Eil dich. Hallo. Kloosian. Okay, nehmen wir das hier. Ich hab... Ey, ich hab nur... Ich hab nicht... Haben sie 20 Portionen alten Cooler Hut bestellt? Nein. 20 Portionen Kinderfinguier. Also, ich würde das bestellen. Ja, würde ich auch nicht. Haben sie 20 Portionen Maschinenbetriebene Penismaschinen? Was ist so ein abergeil. Ich nehm das, weil sie das einzige, was auch nur ansatzweise sind. Hallo. Willst du etwa keine 20 Portionen Maschinenbetriebene Penismaschinen? Nein. Warum tut mir alles weh? Ich hab da was ganz... Ich hab da was Perfektes. Ja. Und ich hab jetzt schon... Ich hab jetzt schon drei... Ich hab jetzt schon zwei Karten, in denen Günther ja auch von irgendwas hintergemacht wird. Schön. So soll es sein. So gut. Okay. Welcher Hoden Kobalt pinkt mich? Ich hasse ihn. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich hasse ihn einfach. Warum tut mir alles weh? Typ 1 Diabetes. Okay. Warum tut mir alles weh? Surprise, Batschen. Oh nein. Surprise. Das ist von Jan. Darum würde ich mir erzählen, den Arsch, das... Was? Das ist klar. Yes, bitch. Ach, das ist auch nicht, ja. Ich hatte die Karte einfach rumliegen und hab gedacht, die passt doch. Nice. Hat meine letzte Beziehung beendet. Ich bereue gar nichts. Oh mein Gott, das ging schnell. Ja. Der DK Rap hat mal irgendwie... Wie? Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Die ist fein und ruhig geil. Donkey Kong. Donkey Kong. Pädophile. 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 Na, was? 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 Da steht Pädophile und nicht Pädophilie. Eben. Ah, schade. Oh, das ist noch schlimmer. Warte, ich seh's jetzt nicht. Harakiri. Ich hasse... Ich hasse alle. Ja, DK Rap. Donkey Kong. Donkey Kong. Ah, meine Hobbys sind... Oh mein Gott. ... und die Spaß damit. Ich hab wirklich sehr, sehr besondere Hobbys, würde ich behaupten. Was ist so... Nein, ey. Da muss man jetzt irgendwas für den Gunzall ausbrechen. Alright. Meine Hobbys sind... H... Harschkekse für die Weihnachtsbahn hinlegen. Oh mein Gott, geniale Idee. Großbritannien. Ja, hä? Okay. Kein Sinn. Und das Gehalt der Amazon-Mitarbeiter kürzen um jährliche... Wann... Was? Das macht Sinn. Guter Alltag. Meine Hobbys sind... Oh scheiße, ich sehe gerade. Totzernrotzen. Massenweise Kinderserie. Oh, scheiße Sekunde. Bei mir hat sich jetzt das ganze Aufnahmefeld verschoben. Oh, geil. Weil ich gesehen hab, dass die Karten da ganz an der Seite nicht drauf waren. Ah. Er ist nicht... ... ein bisschen... Ja, ich kann das gerade auch nicht ändern, Jey. Okay. Wie gesagt, haben wir das vorgelesen. Und als letztes. Termine... Nein. Kann ich jetzt schon mal sagen, dass wir nicht mehr... Ja, Aua. Sicher... Sicher... Nein. Okay, vielleicht doch. Nein. Okay, vielleicht doch. Ja gut, das sieht gleich schon aus. Egal. 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 Großbritannien. 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 Großbritannien ist mein Lieblings-Hobby. Ja. Großbritannien. Warum wollt ihr kein... Inglied? Oh nein. Ich dachte, ich hätte alles gesehen, bis ich einen Hardcore-Fortabler über... Ah, yes, Tumblr. Haben die nicht Pornos gebannt. Haben sie, ja. Onlyfans jetzt auch. Ja. Die gehen pleite, sag ich. Das Ding ist halt anders, wären sie aber auch pleite gegangen, weil sonst wären die Banken dann weggegangen. Ja, ich habe jetzt fast alle meine Karten weggeworfen, geil. Nein, den fass. Über Günther Jauch, der von einem Einhorn gepickt wird. Warum kommt mir das vor, als hätten wir das genau 1 zu 1 schon mal in der Folge? Fallout 76. Hatten wir bestimmt, ich hatte irgendwo auch Günther Jauch schon mal ein Pump-Mail. Eine Hochzeit-Crash mit einem LKW. Was? Ich mache das, weil es absolut keinen Sinn macht. Pick dich! Meins war wunderschön! Fallout 76! Meins war wunderschön! Nur zwei Sachen im Leben sind unsicherter Tod und... What the fuck sind diese Karten? Ja. Hab ich zumindest persönlich die Erfahrung gemacht, dass meine Karte da stimmt. Der Tod und Herpes vom Frauenarzt sind sicher. Ja. Ja. Exakt. Der Tod und... ...schwule Schlimpfe sind sicher. Was? Oh mein Gott. Ja. Ah, scheiße. Ja, Piss! 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 Ja! Ja, Piss! Ja, Piss! Ja, Piss! Ja! ich könnte jetzt ins mikrofon stören ja mach doch wenn zwei menschen sich ganz doll liebhaben dann verwandtschaft dann auch noch dann entsteht was und dann nein nein warum nicht was hast du aus mexiko mitgebracht ich habe so viel scheiße schon wieder also mexiko dda von schicks ach so sie ist in mexiko ja genau wo sonst eine koalition aus der csu und afd die sich sozialer selbst nennt die bezeichnung habe ich schon mehr als oft genug benutzt das stimmt und ich auch eben du gehörst zu uns nichts davon macht sinn aber egal john f kennedy ist besser john f kennedy macht immer sinn ja das ist ein sehr heiliger mann wer ist der diesjährige gewinner von ich bin ein star holt mich hier raus oh nein ich hab wieder schlimme dinge reiner karlmund sollte man hier nicht schreien ja die sollten mal reiner karlmund in dschungelcamp schicken ja sonst wird er so scheiße dünn ist wenn es so dschungelcamp aber wirklich nur rtl edition von so andreas andere gerät und so sind das ist so extra oooh neiiiiiii ehhhh ehh ehhhh ehhh eehh eehh eeeehh eehh 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 SICK dat du fahrdig das eehh ich hab mich in deine mom beeilt das ist schön Ja. Schneller. Schneller, Alter. Ich habe einen Karten. Ich holte dich gleich. Also. Also. Also, dein Arsch ist der digitäre Gewinner von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Tilschweigers Oma ist der digitäre Gewinner Ja gut, so Leute Ungefähr so bekannt sind die Leute auch, die dahin geschickt werden. Saman mit der Saman mit der Kraft des Inzeste. Yes! Boah, ich bumse diese Runde so wie eure Mütter, was? Nein. Das war schon ich schon. Dein Lächeln ist so zauberhaft. Ja, flirten kann ich. Oh nein. Ich glaube, was schön ist. Oh. Okay. Dein Lächeln ist so zauberhaft wie Pazifistenfest. Das ist so zauberhaft wie hochqualitative Nordrhein-Westfälische Braunkohle. Boah, was für ein Flirt, Gott. Dein Lächeln ist so zauberhaft wie Harry Potter. Das ist so zauberhaft. Badumts. Haaa, Badumts. Beg dich, Noah. Haaa, Badi. Zuga ist besser mit der Stimme von Morgan Freeman. Was? Was? Dr. Freeman Was? Warum seid ihr da so schnell? Sogar Kirby, der schlechter aller Götter Ist besser mit der Stimme von Ich stelle mir das nicht so toll vor Hä? Wäre doch geil Was? 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 Und John Cena Fuck it Ja, Vergewaltigung in der Ehe Ah, yes, nice Oh, yes Und der Oscar für Geht an Oh, Gott So, easy So Let's go Hier we go Mein Ding macht nicht, was es soll Hey, dafür gibt es Erektile Dysfunktion passiert mit einem von drei Männern, macht mir keine Sorgen Und der Oscar für Ein schlechter verbergen, geht an Papst Franziskus Nee, der verbirgt den nicht Und der Oscar für Das Bundesabend für Humor Geht an Oh, ich hasse es Und der Oscar für Regelblutungen, geht an Oh, mmh Oh, yes Die leines jungen Wendler Oh, nein Nur noch ein Punkt, dann habe ich euch alle gebummst Wie riechen alte Leute Da steht, die reichen, die Karte ist falsch geschrieben Weg, Daniel, wie riechen Ja, mach neuer Okay Oh, Gott Die magischen Kräfte des Mondes scheren uns heute Sailor Moonporn Oh, nein Ah, yes Ah, yes Fucking Sailor Moonporn, ist das Wald Was? Oh, mein Gott, meine Karte Ich habe erst eine andere Ich habe erst eine andere legen wollen Und dann habe ich noch eine Zolle gesehen Also, die magischen Kräfte des Mondes scheren uns Die Nase des Mondes aus dem Majora's Mars Oh, mein Gott Wenn der Mond wirkst, so eine Nase hätte, das wäre geil Das wäre auch nicht geil Erektile Disfunktion, ey Und Missernten, woran sicherlich die Juden wirken Ähm Ähm Sicherlich die Juden Och, Mann Meine Karte war doch toll Nein, war nicht Erektile Disfunktion Punkt, Punkt, Punkt ist ein chinesischer Klassiker Oh, mein Gott, ich habe die perfekte Karte Was? Was ist das? Ich glaube auch, ich komme nicht mehr dazu, das zu nutzen, weil dazu diese einen tollen Karte Ich mache sie trotzdem Nein Warum denn nicht? Nein Okay, ich muss mal Ich habe nur Scheiße, deswegen mache ich jetzt das Ich habe die perfekte Karte Skatporn mit dem Skatman ist ein chinesischer Karte Was? Was zum Fick ist Skatporn? Der Monopoli Mann, der von Steinskampulis hat in der Sibirischen Eiswürste verfrachtet wird Hab ich was verpasst? Die Skatporn mit dem Skatporn Brennende Ninjatitten Oh mein Gott Falsches Land Oh mein Gott, das ist doch alles so Scheiße Das war's gegen Skatporn Als ob Die Bränden in Jahrzehnten waren doch so toll! Ja, Pan, du Kek! Fick dich, Mann, das ist scheiße! Fick! Jeder, der jetzt Max legt, gewinnt, was? Das habe ich nicht nur gesagt, weil ich Notgeil bin. Nur hauptsächlich. Was? Ja, ich habe übrigens bei meinen Karten einfach Barney Stinson. Was eine gute Karte wäre, aber da, dass ich das hier nicht benutze kann, weil das ist die falsche Gruppe oder sowas. Äh... Fick Mike Tyson's weiße Skla... Was? Ja, das mache ich eh schon. Was soll ich sonst noch ficken? Gamer... Nein! Äh... Und ich fick... Ja, das muss er nehmen! Nein! Lutschen! Ach... Ey! Oh, verdammt! Ach, 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 ach! Ich wusste so sehr, von wem deine Mutter kommt! Zugeben, man braucht einen sehr hohen IQ, um zu verstehen! Ich liebe diese Argumentation! Oh mein Gott, das, was ich mache, ist so falsch! Ich hab... Ich hab... Ach, fuck it! Ach, fuck it! Zugeben, man braucht einen sehr hohen IQ, um! So, buddy, was? Hm... So, buddy, was? Ich muss verstehen! IQ, Hitler! Ja! IQ... Sie würden schon wieder viel zusammenschlagen! Ich stehe hier zwischen zwei Stück! Ich glaube, ich weiß zwischen welchen zwei! Die Gewalt ist mir wichtig! Ah! Aber ist SeaWorld... Ist SeaWorld schlimmer als Hitler? Ja, ist es! Ja! Bitte! Nein! Scheiße! Und ich... Ich sag dir, ich schneid das Zitat out of context und send das in Discord! Ist SeaWorld schlimmer als Hitler? Ja! Ja! Okay! Ja! Ja!